Hallo meine lieben Bird Riders, hier ist wieder euer Landsquid. Heute mal mit 25 Fakten zu Resident Evil 1 Remakes heimlicher fünfter Hauptfigur, sagen wir es mal so, keine Ahnung, Lisa Trevor. Eine sehr, sehr coole Ergänzung des Remakes, die im Original zwar eventuell schon so ein bisschen angedacht war, aber noch nicht so wirklich umgesetzt. Das unter anderem erfahrt ihr jetzt. Lisa Trevor wurde 1953 geboren. Soweit wir wissen, war sie der erste Mensch seit mindestens 6500 Jahren, der durch den Progenitor-Virus übermenschliche Kräfte entwickelt hat. Der G-Virus oder G-Virus, mit dem sich William Birkin in Resident Evil 2 selbst infiziert, ist ein mutierter T-Virus-Strang, der 1988 in Lisa Trevors Blut gefunden wurde. Lisa Trevor war die Tochter von Jessica und George Trevor. Über ihre Mutter wissen wir nicht besonders viel, außer dass sie von Umbrella ermordet und tief unter der Spencer-Villa vergraben wurde oder in einem Sarg eingemauert wurde. Ihr Vater war ein berühmter Architekt, der für seinen inkonventionellen Stil bekannt war und das Unternehmen Trevor & Chamberlain gründete. Das auch lange nach seinem Tod in der Spencer-Villa noch aktiv ist. Die Firma von Lisas Vater hat 1992 noch das Anwesen der Baker-Familie aus Resident Evil 7 entworfen. Lisa Trevor wurde zum Testsubjekt für Umbrella, da ihr Vater internes Wissen über die Spencer-Villa hatte und der paranoide Spencer ihn daher als Gefahr wahrgenommen hat, die beseitigt werden musste und er sollte nach seinem Verschwinden möglichst nicht vermisst werden. Die Blob-Gegner aus dem Resident Evil 5 DLC Lost Nightmare sehen Lisa Trevor ziemlich ähnlich, was naheliegt, dass Spencer hier vielleicht versucht hat, die Experimente an Lisa zu reproduzieren. Eine echte Lore-Verbindung gibt es allerdings nicht. Vielleicht sind diese Gegner auch einfach nur als Referenz zu verstehen. Lisa Trevor kann im Resident Evil Remake nicht einmal mit dem Endlos-Raketenwerfer endgültig besiegt werden. Nach ganzen drei Schüssen geht sie kurz zu Boden, aber erholt sich dann recht schnell wieder. Alle anderen Gegner im Spiel können mit nur einem einzigen Schuss besiegt werden. Auch wenn der Endlos-Raketenwerfer natürlich nicht Kanon ist, zeigt das doch ziemlich gut, wie robust Lisa selbst im Vergleich zum Tyrant ist. Lisa Trevor hat einen Auftritt auf mehreren Karten des Capcom-Sammelkartenspiels Tappen. In Resident Evil Village können wir im Haus der Winter sein Buch über historische Architektur von europäischen Schlössern und Burgen von Lisas Vater George Trevor finden. Und in Resident Evil 7 gibt es eine Notiz, die darauf hinweist, dass explizit das Schattenrätsel in der Haupthalle des Baker-Anwesens noch nachträglich von Trevor & Chamberlain konstruiert und eingebaut wurde. Lisa Trevor hat einen Auftritt in der Resident Evil Netflix-Serie und eine kleine Rolle im Resident Evil Film Welcome to Raccoon City. Beide dieser Filme sind nicht Kanon. Lisa wird in Welcome from Raccoon City von der Schauspielerin Marina Masipa gespielt. So oder so ähnlich wird man die aussprechen, keine Ahnung, sorry. Nach dem Auftritt in Resident Evil 1 Remake bekommt Lisa außerdem noch in Resident Evil The Umbrella Chronicles eine Rolle. Laut dieser Version der Vorkommnisse in der Spencer-Villa, die aus der Perspektive von Wesker nacherzählt werden, hat sich Lisa nach dem Kampf aus Resident Evil 1 Remake in der Gruft in die Haupthalle der Villa bewegt, wo sie ein weiteres Mal auf Albert Wesker trifft. Lisa kann sie unter einem Kronleuchter festsetzen, um zu fliehen. In den Spieldaten kann Lisa Trevors Modell ohne ihre Maske und Kleidung gefunden werden. So kann man sehen, wie schwer entstellt ihr Gesicht und wie stark mutiert ihr Körper ist. Inklusive dem für G-Virus sehr typische Mutation eines großen Auges auf dem Rücken. Lisa Trevors rudimentäre Fähigkeit zur Sprache und vor allem die Einrichtung ihres Untergrundzimmers und ihr Tagebuch zeugen davon, dass Lisa im Vergleich zu anderen Umbrella-Experimenten noch über eine sehr hohe Intelligenz verfügt und vielleicht sogar menschenähnlichen Verstand hat. Lisa Trevors wurde schon vor dem Nemesis mit dem NE-Alpha-Parasiten infiziert. Der konnte sich allerdings, im Gegensatz zu Nemesis, nicht in Lisas Körper festsetzen. Denn der G-Virus, der bereits in ihrem Blut war, hat dafür gesorgt, dass ihr mutiertes Immunsystem den Parasiten sofort zersetzt und in ihre eigene DNA einbaut. Das führte vermutlich dazu, dass Lisa Trevors Tentakeln ausbildet. Lisa Trevors war schon für das Original Resident Evil geplant, allerdings nur als Erwähnung in einem Dokument, das erklären sollte, dass George Trevors für die vielen Fallen in der Villa verantwortlich war und dass seine Tochter Lisa von Umbrella ermordet wurde. Da das Dokument allerdings Storyfehler enthielt, wurde es vor dem Release aus dem fertigen Spiel entfernt. Für das Resident Evil Remake wurde ihre Geschichte dann nochmal ausgebaut, um Bezüge zu Resident Evil 2 und 3 herzustellen. Umbrella wollte Lisa nach 20 Jahren der Experimente entsorgen, aber es gelang ihnen trotz aller Bemühungen nicht. Sie hat alle Mittel der Biowaffenbeseitigung überlebt, konnte fliehen und hat ganze 30 Jahre im Untergrund der Villa gelebt. Lisa ist eine Karte im Resident Evil Brettspiel. Wie gefährlich Lisa Trevors für das Stars Team in Resident Evil ist, ist unklar, denn genau genommen tötet sie im ganzen Spiel niemanden. Man könnte fast glauben, sie verteidigt einfach nur ihre privaten Räume und das Grab ihrer Mutter vor Eindringlingen. Lisa ist eine Karte im Resident Evil Kartenspiel The Deck Builder Game. Wenn man bedenkt, dass damals in der Steinzeit das erste bekannte Großreich der Menschheitsgeschichte in Afrika von Progenitor-Virus mutierten Menschen errichtet wurde, kann man davon ausgehen, dass Lisa Trevors ohne Umbrellas jahrelange Folter und Misshandlung nicht zu diesem monströsen Wesen, sondern vielmehr zu einer unsterblichen, intelligenten und mächtigen Frau mit Superkräften geworden wäre. Ganz ähnlich wie beispielsweise Westgard nach Resident Evil 1. Lisa hat 30 Jahre lang die Suche nach ihrer Mutter nicht aufgegeben, obwohl diese schon lange Zeit tot war. Lisa starb am 25. Juli 1998 im Alter von ca. 45 Jahren durch das Stars Team, während der Vorfälle in der Spencer-Villa. Zumindest, soweit wir wissen. Lisa Trevors ist eine ausgesprochen einzigartige Kreatur im Resident Evil-Universum, die über enorme Durabilität und Selbstheilungskräfte verfügt. Und wir haben ihre Leiche genau genommen nie gesehen. Gut möglich, dass Lisa die Explosion der Spencer-Villa irgendwie überlebt hat und noch irgendwo da draußen in den Wäldern von Raccoon City lebt. Und das waren 25 Fakten über Lisa Trevor. Eine meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr coole Ergänzung für Resident Evil, die durch das Gamecube Remake hinzugekommen sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Lisa Trevor haltet. Und wie fändet ihr es, wenn Lisa Trevor vielleicht in Zukunft nochmal auftaucht? Denn wie gesagt, sie könnte noch irgendwo da draußen sein. Und ich würde mich sogar wirklich freuen, wenn sie irgendwie noch ein bisschen Gerechtigkeit für ihr Schicksal bekommt. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie das nach der Auflösung von Umbrella und dem Tod aller Verantwortlichen funktionieren soll. Aber naja, sie könnte ja vielleicht bei der BSAA aufgenommen werden. Ich glaube, sie wäre ein ziemlich, ziemlich effektiver Anti-Biowaffen-Sondereinheitstrupp. Ja, wäre ziemlich cool. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe euch vor grausamen Umbrella-Experimenten bewahren, die euch zu einer buckligen, mutierten, gefesselten und sterblichen Superfrau machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.